Leute, herzlich willkommen zusammen zum großen Bienentest. Ja, es gibt hier ganz viele verschiedene Bienenstöcker. Die kosten natürlich im Baumenü unterschiedlich viel Geld. Und wie viel Honig welcher Stock entsprechend bringt, welche Besonderheiten das es da gibt und wie viel das der Honig dann quasi wert ist und wie schnell sich so ein Bienenstock amortisiert. All diese Sachen erfahrt ihr in diesem Video. Und auch nicht zu vergessen, da ist ja auch noch der Punkt, dass Bienen Bonusertrag bringen sollen bei gewissen Früchten. Ich habe das alles getestet, habe wieder Tabellen erstellt für euch und wir springen sofort in die Tabelle rein. Und bevor es losgeht, wie immer die Fakten. Also wir testen die Bienen aktuell in der LS25 Version 1.2.1. Sollte sich hier wesentlich was an diesem Video hier ändern, also im Spiel quasi, dann gibt es ein neues Video oder eine neue Grafik. Alles Wichtige zu einem Update von diesem Video erfahrt ihr in einem angepinnten Kommentar unter diesem Video. Solange es da kein neues Video gibt, ist dieses Video hier weiterhin gültig. Wir haben getestet auf Schwierigkeitsstufe schwer. Einmal gerechnet mit dem Jahresdurchschnittspreis, einmal gerechnet mit dem Jahresmaximalpreis für Honig und wir haben hier natürlich auch noch die ganzen Baukosten für die einzelnen Bienenstöcker hier. Die heißen es so tatsächlich, also ihr könnt ihr direkt so finden und prinzipiell sind die eigentlich relativ günstig, muss ich sagen. Wir haben hier folgenden Durchsatz pro Tag und ganz wichtig, hier steht pro Tag. In diesem Fall ist es tatsächlich so, wenn ihr jetzt einstellt, mein Monat hat 10 Tage, dann könnt ihr quasi pro Monat für den alten Bienenstock 30 Liter Honig ernten. Das bezieht sich hier tatsächlich pro Tag. Gilt für alle Bienenstöcker hier und damit, wenn wir den produzierten Honig hier nehmen und dann ausrechnen, was wir denn dafür kriegen würden zum Jahresdurchschnittsverkaufspreis, haben wir folgende Werte, was hier pro Tag an Honig rumkommt. Und wenn ihr natürlich bloß einen Tag pro Monat spielt, dann sind wir bei 12 Tage pro Jahr, dann könnt ihr einfach das Ganze hier mal 12 rechnen, dann habt ihr das, was im Jahr dabei rumkommt. Das ist natürlich die Frage, wie viele Tage spielt ihr? Dementsprechend müsst ihr das halt für euch selber ausrechnen. Hier drüben dann entsprechend auch noch den Verkaufspreis Jahresmaximum, wenn ich meinen Honig immer zum Toppreis verkauft bekomme. Aus diesen ganzen Daten kann ich mir jetzt tatsächlich meine Jahreswerte berechnen. Einmal hier Verkauf Jahresschnitt und hier drüben Jahresmaximum und im Endeffekt einfach der Wert von oben mal die 12. Wie gesagt, wenn ihr länger spielt pro Jahr, dann geht es natürlich bei euch mit der Amortisierung viel, viel schneller. Aber so werden die meisten spielen, deshalb ist das jetzt einfach meine Annahme. Die Baukosten, also Baukosten durch meine Einnahmen pro Jahr. Einnahmen ist ja gleichzeitig der Gewinn. Ich habe ja keine laufenden Kosten so gesehen. Und dann haben wir hier eine Amortisierung von rund sieben Jahre bei Verkauf zum Jahresmaximalpreis. Sind wir sogar ein bisschen höher, ein bisschen schneller, so meine ich. Sind wir rund bei sechs Jahren. Und was auffällt, der runde, große Bienenstock, der amortisiert sich in beiden Fällen am schnellsten. Und die 33 Langstro Beuten hier, die brauchen immer am längsten. Das war quasi vorher einmal der Bienenstock ganz links im Bild. Und damit sind wir auch schon beim Fazit. Ja, der runde Bienenstock, der lohnt sich tatsächlich am meisten. Und ich denke, ein Bienenstock ist jetzt nicht brutal teuer. Von dem her würde ich euch eigentlich empfehlen, direkt den zu bauen. Der ist am schnellsten abbezahlen, dem schnitzen so sieben Jahre. Und nochmal ganz wichtig, die Produktion ist pro Tag. Bei x Tagen im Monat ist entsprechend die Produktion um den Faktor x höher. So einfach ist das. Und jetzt kommt natürlich noch die große Frage. Ja, im LS22 war das so. Bei Raps, Sonnenblumen und Kartoffeln haben die Bienen auf dem Feld einen Bonusertrag gebracht. Das heißt, da konntet ihr dann quasi noch mehr ernten. Ich habe mir das Ganze ein bisschen angeschaut. Also in der offiziellen Hilfe vom LS25 steht drin, dass das weiterhin so ist. Und ich habe mir das angeschaut. Ich habe zu verschiedenen Wachstumsstadien von diesen drei Früchten und auch anderen Früchten einen Bienenstock platziert. Ganz nah am Feld. Auch mehrere. Aber ich muss sagen, ich habe in keinem Fall festgestellt, dass ich da einen Bonusertrag habe. Also irgendwie scheint es diese Funktion im LS25 nicht mehr zu geben. Finde ich etwas schade. Ob das jetzt ein Bug ist oder ob das so sein soll. Wobei in der Hilfe steht es drin. Ist ein bisschen seltsam. Wissen wir nicht. Müssen wir erst mal den ersten oder zweiten Patch abwarten. Vielleicht ändert sich da ja was. Ich werde es euch entsprechend dann mitteilen, wenn das soweit ist. Und ansonsten, in diesem Fall, alle Daten, die ihr zuvor gesehen habt, sind natürlich pro Tag, außer bei der Automatisierung. Und wie gesagt, wenn sich irgendwas ändert, dass hier drin ein Fehler entdeckt wird, dann täte ich die Grafik ab, melde euch das Ganze über einen angepinnten Kommentar. Genauso findet ihr dann dort entsprechend einen Link zu einem neuen Video. Sollte es irgendwann ein neues Video geben, weil sich hier deutlich was geändert hat. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Bienen im LS25. Auf jeden Fall ein netter Nebenverdienst. Tolltes. Ciao, ciao. Ciao, ciao.